Hallo und herzlich willkommen bei Aktienbuddies. Heute gibt es von mir wieder einen Wochenrückblick. Einfach mal zusammengefasst, was es diese Woche Interessantes passiert. Da haben wir am Anfang natürlich die Indizes, auf die werde ich jetzt in Zukunft immer mal wieder eingehen, beziehungsweise mache ich wahrscheinlich bei jedem Wochenrückblick immer anfangen. Und zwar der Nasdaq 100 hat sich um 4,3% nach oben bewegt, um 4,37%. Der S&P 500 hat sich um 3,6% nach oben bewegt und der DAX hat sich um 4,31% nach oben bewegt. Also eine Woche mit sehr starkem Zugewinn. Viele Werte haben sich insgesamt nach oben bewegt und das hat er dann auch direkt in den Indizes gesehen. Erstes sehr interessantes Thema diese Woche war, Xiaomi plant wohl in den Elektroautomarkt einzusteigen. Die Handy- und Smartphone-Verkäufe weltweit gehen ja leider immer weiter zurück. Einfach weil der Bedarf gedeckt ist und der E-Auto-Markt, der boomt. Es ist noch nichts richtig offiziell bestätigt. Es ist nur so, dass Xiaomi in vielen Ansprachen und Pressemitteilungen schon ihr Interesse in der Branche bestätigt hat. Genauso sind sie ja auch seit einiger Zeit immer wieder technologisch in verschiedene Autos, Elektroautos schon integriert. Gerade zum Beispiel bei Nio. Nio greift da auf Xiaomi-Technik innerhalb des Autos zurück. Intern wird das Ganze wohl Mi Car Project genannt. Heißt also, die arbeiten schon seit einiger Zeit an Plänen für dieses Elektroauto. Vermutet wird als Kooperationspartner für die Motoren und beziehungsweise für die ganze Elektroauto-Technologie, die als Fahrtechnologie dient, mit Great Wall Motors zusammenzuarbeiten. Ist nur ein Gerücht bisher. All das ist noch nicht 100% fest und vor allem auch noch nicht offiziell bestätigt. Zweites interessantes Thema dieser Woche war, viele Werte, die vor kurzem erst stark verloren haben, wie zum Beispiel Wasserstoff und Tech-Werte, haben wieder stärker dazu gewonnen. Gerade die Wasserstoffbranche, da haben sich die üblichen Werte Plug Power, Ballot Power und auch Nel Asa wieder nach oben bewegt. Da gab es Kurszuwächse von 5 bis 10% teilweise und die hatten ja kurz vorher stark verloren in den Wochen davor. Genauso im Tech-Bereich gab es auch einige sehr nennenswerte Zuwächse. Auch ein wichtiges Thema diese Woche war die Telekom-Hauptversammlung. Dort hat man beschlossen, dass die Dividende trotz höherer Gewinne in letzter Zeit nicht erhöht wird. Wahrscheinlich wird man dann dieses Kapital, das Cash, das man dann nicht als Dividende auszahlt, für weitere Investitionen und weiteren Ausbau zum Beispiel im Breitbandbereich nutzen. Ein weiteres großes Thema diese Woche waren natürlich die Warta und Biontech-Quartalszahlen. Er hat einmal seit Warta einen Umsatzplus von 139,8% gemacht und ein Gewinnwachstum von 89,3%. Biontech wiederum hat einen Gewinn im Dezember 2019 von minus 58,2 Millionen gemacht. Im Dezember 2020 haben sie einen Plus von 366,9 Millionen gemacht. Im Gesamtjahr 2019 hat Biontech einen Gewinn von minus 179,2 Millionen gemacht und im Jahre 2020 jetzt einen Gesamtgewinn von 15,2 Millionen. Wenn euch weiteres in dieser Richtung interessiert, guckt doch gerne das Video, das Marvin darüber gemacht hat. Der hat sich die Quartalszahlen im ganz Genauen angeguckt. Da könnt ihr euch also nochmal intensiver informieren. Verlinke ich also an der Stelle auch natürlich. Auch ein sehr interessantes Thema diese Woche war CD-Projekt. Da gab es eine unglaublich hohe Volatilität, sehr starke Kurszugewinne erst und dann natürlich jetzt aber auch wieder einen unglaublichen Kursfall. Da gab es einen neuen Patch, der hat dazu geführt, dass viel gesunken ist, viele andere News. Da hat aber Marvin ein sehr ausführliches Video nochmal drüber gemacht, hat sich mit beidem sehr beschäftigt. Also auch da wieder, guckt euch das Video am besten an. Das verlinke ich auch an der Stelle. Ist ein sehr interessantes Thema. Gerade einige interessieren sich ja bei uns sehr stark für CD-Projekt. Weiteres interessantes Thema diese Woche war Coinbase. Die werden am 14.04. an die Börse gehen und sie werden wahrscheinlich mit einer Marktkapitalisierung von 100 Milliarden an die Börse gehen. Das ist natürlich schon enorm für einen Börsengang und sie werden unter dem Kürzel Coin an der Börse gelistet sein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch gerne, gebt ein Like und dann bedanke ich mich an der Stelle natürlich auch fürs Zuschauen und dann ciao.